Ich möchte den Hintergrund neu einfarbig bei diesem Mädchen hinterlegen. Wenn ich das Schnellauswahlwerkzeug hier ausgewählt habe, dann habe ich wie vorhin im Video den Knopf, ich muss also nicht auf Auswahl, Motiv, sondern beim Schnellauswahlwerkzeug kann ich hier auf Motiv auswählen klicken. Nach einem kurzen Moment ist das Mädchen so ausgewählt und ich sage Auswahl und Maskieren. Da es sich um einen Haarfreisteller handelt, mache ich eigentlich nichts weiter als eine Ebenenmaske, werde aber hier oben mit dem Kante-Verbessern-Werkzeug, mit dem zweiten Werkzeug und einer etwas grösseren Spitze hier einmal um die Haare herumfahren. So, dass sämtliche Haare hier auch noch ein bisschen besser in die Auswahl hineinkommen. Danach sage ich OK, ich gehe ins Ebenenfenster und ich werde eine neue Ebene Farbton erstellen. Nun werde ich Bearbeiten Fläche füllen mit der Vordergrundfarbe und ziehe diese nach hinten. Sie können erkennen, es gibt hier einen weissen Saun. Jetzt wäre eine Möglichkeit, ich nehme das Pinselwerkzeug, gehe hier auf Abdunkeln, mache eine Deckkraft von etwa 48, also 50 Prozent und werde nun mit der Alt-Taste den blauen Farbton hier in die Vordergrundfarbe aufnehmen. Dann gehe ich auf das Bild, da muss man sich einfach bewusst sein, jetzt male ich im Bild und ich werde jetzt hier herum einmal das Ganze etwas wegmalen. Diese Tönung, die hier ein bisschen störend ist, kann ich nun so etwas auskorrigieren. Auch hier unten solche Flecken, das kann ich wegmachen. Je mehr, dass ich darüber fahre, umso mehr wird natürlich das Blau, wenn ich zu weit in die Haare hineingehe, dass die Haarfarbe verändern. Also ich muss da ein bisschen aufpassen, aber schaut man das Ganze nochmals an zuvor, so hat es vorhin ausgeschaut und nach dem Pinsel mit Abdunkeln schaut es nachher so aus. Das wäre eine Variante. Das wäre eine Variante.